Der Tag der Deutschen Einheit steht uns bevor. Eine Party aller Klassen, eine Megasause, eine Fiesta, um die uns die ganze Welt beneidet. Wir fragen die Berliner Jugend in einem Zustand, in dem sie am ehrlichsten ist. In Vino Veritas. Society, you're crazy, breathe. 22 Jahre Deutsche Einheit. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich bin echt. Das ist geil. Das geht alles bergab. Ach du Kacke, was fragst du mich jetzt? In der Zeit? In der Zeit? In dem Zustand gerade? Na ja, alle hell wird es früh gewacht. Du bist auch schon auf den Beinen. Das freut mich. Ich bin schon seit 10 Stunden irgendwie so. 22 Jahre Deutsche Einheit. Soll ich Ihnen mal helfen, die Jacke zuzumachen? Warschauer Brücke, ein ehemaliger Grenzübergang. Todeszone. Im Hintergrund geht die Sonne auf. Wie läuft's? Das kannst du nicht prägen mit mir. In dem Moment nichts. Nein, nein. Ich habe alles gesehen. Hallo. Was geht's? 22 Jahre Deutsche Einheit. Wie präsent ist die Mauer in Ihren Köpfen jetzt gerade? Boah. Das kann man jetzt auch nicht sehen. Das kann sich die Input. In meinem Kopf herrscht halt noch dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern. Aber dann heißt das eigentlich neue Bundesländer, wenn die Neuen ja immer noch... Hatte ich eigentlich gerade eine west- oder ostdeutsche Zunger in meinem Nacken? Ost. Ost. Und das wäre vor 22 Jahren so nicht möglich gewesen. Das muss man auch mal sagen, ne? Es geht doch nur um die Deutsche Einheit. Wir freuen uns alle. Ja, ich auch, ja. Ja, ja. Ich kann nur sagen, ich kann mich noch aus dem Kopf und wir gehen jetzt erst noch frühstücken und danach gehen wir weiter feiern. Aber richtig. Löwen in Temdorfer steht ein Leiermann. Damals wurde den Leuten versprochen, es geht bergauf. Blühende Landschaften. Das wurde gesagt, ja. Und wie sieht's jetzt im Osten aus, Ihrer Meinung nach? Jetzt mal ganz... Was hast du denn eingenommen? Medikamente? Medikamente, ja genau. Kann man auch sagen. Medikamente, genau. Es gab früher hier mal eine Bewegung, eine friedliche Revolution, einen Zusammenhalt zwischen den Bürgern. Jetzt geht's nur noch um Party, Party, Party. Ist das nicht verfickt? Nö. Ist genau das Richtige, was unsere Generation gerade macht. Ich nehm gleich noch mehr Speed, ja? Ich zähl runter von 3, 2, 1 und dann machen Sie ein gesamtdeutsches Gesicht, ja? 3, 2, 1. Jo. Fuck, hör, Alter. Das Maß ist voll. Es schwappt gleich über. Du bist am Feuer und musst gleich reuern. Äh. Sie haben gar keine Wendejacke an. Ist Ihnen nicht kalt? Nö. Willst du mich verarschen jetzt, Alter, wa? Wacke, guck mal, du zitterst, Alter, und fragst mich nach einer Wendejacke, Alter. Du bist doch behindert, Alter. Nur mit Bier und Schnaps macht es schwupp und schwapps, ja. Was denken Sie, haben wir damals irgendwelche Chancen verspielt? Ja, der deutsch-russischen Beziehung. Was glaubst du? Die Gedanken sind frei, betant die Hörer. Sie fliegen vorbei. Nein. Nein.